Ladies and gentlemen, ladies, welcome to Indie-Tonne! Oh Gott, das machen wir nicht nochmal. Los Junge, du kannst es schaffen! Alle Zähne jetzt! Guck dir an da hinten! Hau sie alle um! Da vorne, da kommt was auf uns zu! Ich seh das auch! Das wird immer größer! Wieso? Was ist das? Ich bin eine Unterwassermine und ich bin super geladen. Hoffentlich kommt heute keiner und nervt mich. Dann werde ich vor Wut explodieren! Na nun, was ist denn das? Da brauche ich ja für eine Weile nicht nach vorne gucken. Das ist ja eh nur Wasser! Hä? Alter, Simon, du stinkst aus dem Schritt, ey! Nils, das ist so angenehm, einfach mal nur so die Sonne sich so auf den Pelz kreien zu lassen. Oh! Du könntest auch ein bisschen schneller laufen. Wir sind schon viel zu spät. Ich hab eine Verabredung. Du hast doch gesagt, du trägst mich da hin! Oh Gott, sorry, ich stell dich hier ab jetzt! Was? Nein! Nils, ich hab ein Date! Nils, du kannst dich jetzt nicht einfach ... Du kannst dich einfach weggehen! Du kannst dich einfach weggehen! Jetzt steh ich hier rum! Was ist denn das jetzt? Eine riesige Hand? Nein! Nein! Nimm sie! Nimm sie! Und jetzt? In die Tonne! Nils! Nils, komm her! Nils! Nils ist in die Tonne! Nils, wo bist du denn? Da bist du ja! Nils! Nils, komm her! Ich roll dir jetzt hinterher! Nils! Warte, einfach zur Seite! Was gehst du jetzt zur Seite? Nils! Ah, da ist eine Klippe! Nils! Nils, okay! Dann Gud, wirst du die Chaos! Okay. Mach hab ich dir die Chaos, ja! Hau! Hau! Ah nichts! Au! Du bist du IT, Braun! Ruhig! Und wir sind da Simon! Ho, hu. Ruhig! Ruhig! Ruhig, Ruhig! Hey, alle Garten! Ganz ruhig, genau! Nicht so wie die anderen! Ganz ruhig, ganz ruhig! Wow! Schon mal so eine Welle geritten, Alter! Wow! Vorsicht! Wow! Nein, sie machen ein High! Hallo, hi! Vorsicht, Vorsicht! Chill mal, Mann! Ich glaub, ich bin auf ne Krone. Sie haben eine Mode getreten, auf ne Seeanemone getreten, ja. Ich bin ein Asteorit. Ich fliege durchs All. Und kann nicht sterben. Au! Au, au, au! Au, au, Nils! Au, au, au! Au, au, au! Au, au, au! Ah! Oh, ist das angenehm, einfach mal nur so da zu liegen, wie so eine lange Burst, wie so ein Hotdog, einfach nur da zu liegen. Oh! Was ist denn los? Wer greift mich denn da? Nils! Nein, Mann, Nils! Ich bin kein Hotdog! Okay. Okay. Oh! 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 Is euch Jönchen? Check! Oh! Nee, 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 nicht wieder in die Tonne, nee, nee, Selbstzerstörung.